Herzlich Willkommen auf Unbox Kings, in der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Kapo und Nemo, Kapimo. 2018 war es sowohl um Kapo als auch um Nemo eher ruhig geworden. Nemo zog sich nach seinem Album Kiki zurück und von Kapo war seit alles auf Rot auch eher wenig zu hören. Umso mehr überrascht es, als die beiden ein Kollabor-Projekt ankündigten. Kapimo beinhaltet 13 Tracks und keinerlei Features. Das Album erscheint über Urban und erscheint als CD und auch als Box. Gent Kanun. Beim Kanun handelt es sich um das mündlich überlieferte alte Gewohnheitsrecht der Albaner. Nachdem Kollegah im letzten Jahr Jigsaw unter Vertrag genommen hatte, wurde kurz darauf mit Gent auch schon das nächste Alpha Music Signing verkündet. Jetzt ist es an der Zeit für sein Debütalbum. Kanun kommt mit 16 Tracks und beinhaltet unter anderem Features von Kollegah, Kurdo, Jason, Sufjan und Asche. Das Release kommt über das Label Alpha Music Empire und erscheint als Box. Herzog OG mit Herz Der Vollbluthassler kehrt zurück. Nachdem sich Herzog in der letzten Zeit vor allem um seine anderen Geschäftszweige gekümmert hat, ist er nun wieder mit einem neuen Album zurück. OG mit Herz beinhaltet 14 Tracks und keinerlei Features. Das Album wird über Bombenprodukt veröffentlicht und erscheint als CD und auch als Box. Reezy Teenager Forever Im März 2018 veröffentlichte Reezy innerhalb von 7 Tagen zwei Mixtapes. Jetzt kommt sein Debütalbum. Teenager Forever kommt mit 13 Tracks und beinhaltet Features von Enno, Nash, Bowser und Young Huren. Das Release kommt über Two Sides, erscheint als CD und auch als Box. Tua, Tua Das letzte Tua Album liegt schon einige Jahre zurück. Das Orsonsmitglied aus Reutlingen bringt nun sein lange wartetes Soloalbum, das den gleichen Titel trägt wie auch der Künstler selbst. Tua beinhaltet 12 Tracks, Features kommen von Rav Camora und Casca. Das Album wird über Chimperator veröffentlicht und erscheint als CD, als Vinyl und auch als Box. DJ Style Wars Der Letzte seiner Art Kaum einer ist so lange in diesem Geschäft wie er. Der DJ aus Bremerhaven hat deutschen Hip-Hop seit vielen Jahrzehnten mitgeprägt. Sein letztes Album liegt schon viele Jahre zurück, nun ist es an der Zeit für etwas Neues. Der Letzte seiner Art kommt mit 16 Tracks. Gastbeiträge kommen unter anderem von Lackmann, Jalil, Trettmann, Megalo, Semidelux und BOZ. Das Album wird über Der Letzte seiner Art veröffentlicht und erscheint als Vinyl. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde uns natürlich interessieren, schreibt sie uns in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den Alben findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Das war es für heute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, passt auf, ciao.